Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, in diesem Video geht es um Exponentialfunktionen. Quadratische Funktion, lineare Funktion und Potenzfunktion haben wir schon kennengelernt. Das ist jetzt was anderes. Bei der Funktion ist es ja immer so, jedem x-Wert wird genau ein y-Wert zugeordnet. Und so ist es auch hier. Wir haben hier bei dieser einen Aufgabe x-Faltungen und y ist die Dicke. Also wir haben ein DIN A4-Blatt und wenn wir es nullmal falten, dann liegt eine Schicht Papier. Wenn wir es einmal falten, dann liegen zwei Schichten Papier übereinander und so weiter und dann können wir die Dicke berechnen. Wie das jetzt genau funktioniert und wie wir daraus dann die Exponentialfunktion rausbekommen, das werde ich euch jetzt zeigen. Und zwar, beim ersten Mal ist es doch so, dass es 0,1 mal 1 ist. Also die Dicke vom Papier ist 0,1 und es ist eine Lage, also eine Schicht Papier. Wenn wir es einmal falten, dann liegen doch zwei Blatt Papier übereinander, das heißt die Dicke ist 0,1 mal 2. Wenn wir es zweimal falten, dann ist es 0,1 mal 4. Wenn wir es dreimal falten, ihr merkt schon. Wenn wir es dreimal falten, dann sind es 0,1 mal 8. Und ihr merkt schon, es geht so weiter. 0,1 mal 16, 0,1 mal 32, 0,1 mal 64. Denn jedes Mal wird ja die Anzahl der Lagen verdoppelt. Hier wird es verdoppelt, dann werden diese vier Blatt Papiere so gefaltet, dass es jetzt 8 übereinander liegen und so weiter. Das heißt, wenn wir hieraus eine Funktion feststellen wollen, überall kommt ja ein 0,1 vor. Die Frage ist nur, wie stellen wir diesen 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 dar? Das sind Zahlen der Zweierpotenz. 2 hoch 0, 2 hoch 1, 2 hoch 2, 2 hoch 3, 2 hoch 4 und so weiter. Das heißt, wir können das darstellen als 0,1 mal 2 hoch x. Ihr merkt schon, die Funktion bei einer Exponentialfunktion schaut so aus, dass im Exponenten die Variable x steckt. Und das haben wir hier herausgefunden, weil das eben Zweierpotenzen sind. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Bei der nächsten Aufgabe ist es ein bisschen anders. Also hier haben wir die Funktion quasi y ist gleich 0,1 mal 2 hoch x. Da haben wir 14.000 Einwohner und jedes Jahr werden es 10% weniger. 10% weniger, das heißt, es sind noch 90%. Mit dem Taschenrechner kann man das so ausrechnen, wenn man hier 14.000 mal 0,9 rechnet, dann erhalte ich die 90%. Also das, was nach einem Jahr noch übrig ist, die 10% quasi in der Rechnung abgezogen gedanklich. Und wenn ich im nächsten Jahr wieder das machen will, muss ich wieder mal 0,9 rechnen. Das heißt, jedes Jahr wird mal 0,9 gerechnet, um auf die nächste Einwohnerzahl zu kommen. Bei 0 sind es also 14.000, bei einem Jahr sind es diese 12.600, nur noch 90%. Im zweiten Jahr davon dann 90%, im dritten Jahr davon dann 90%. Wie mache ich das jetzt im vierten Jahr, wenn ich wieder eine komplett neue Rechnung beginnen will? Dann ist es doch so, dass ich 14.000 mal 0,9 rechne und das Ganze jetzt 4 mal, also hoch 4. Das ist das gleiche wie 0,9 mal 0,9 mal 0,9 mal 0,9, so wie wir es gerade hatten. Es bleibt übrig 9.185,4. Und wenn ich das im fünften Jahr machen will, muss ich das Ganze 0,9 hoch 5 rechnen. Und dann kommen wir schon auf die Funktion, die lautet 14.000, also das, was wir am Anfang hatten, mal 0,9 hoch x. Also so oft quasi, wie die Jahre voranschreiten. Die Funktion lautet hier 14.000 mal 0,9 hoch x. Auch hier eine Exponentialfunktion. Allgemein kann man sagen, y ist gleich irgendeinen Vorfaktor, der kann manchmal auch 1 sein, mal a hoch x. Und jetzt steht schon seit Beginn an dran, d ist gleich r, Definitionsmenge ist r, das heißt, ich darf alles für x einsetzen. Nur ich darf nicht k gleich 0 setzen, weil dann kommt y ist gleich 0 raus. Dann haben wir hier keine Exponentialfunktion. k nennt man den Anfangswert, das war quasi hier die 0,1 mm Dicke und hier waren es die Einwohner. Und a größer 0 bedeutet exponentielle Zunahme, das haben wir hier gehabt. Hier wurde das Blatt immer dicker. Und a kleiner 0 bedeutet exponentielle Abnahme. Also hier das, was quasi in der Basis steht, das entscheidet, ob es zunimmt oder abnimmt. Was haben wir also heute gelernt? Heute haben wir gelernt, Exponentialfunktion heißt, dass die Variable im Exponenten steht. Bei der Potenzfunktion war das ja anders. Und dann unterscheidet man von einer exponentiellen Abnahme und einer exponentiellen Zunahme. Und wie man das Ganze dann grafisch veranschaulicht, das werden wir uns dann nächste Stunde anschauen. Tschüss!